So, der erste Boss ist besiegt, hier unten in dieser Höhle. Ja, wir haben bekommen von ihm. Erst einmal die Seele des letzten Riesen, die auch einen etwas anderen Text hat als in Dark Souls 2. Die Seele des überlebenden Riesen, den man unterhalb des Waldes der Riesen festgesetzt hatte. Der Herr der Riesen, die dem Königreich Untergang und Verderben gebracht hatten, wurde angeblich von einem unbekannten Krieger getötet. Seine geschundenen Überreste wurden dann in die Festung geschleppt und eingeschlossen. Nutzt die besondere Seele des letzten Riesens, um zahlreiche Seen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Ja, also das ist schon wirklich Hintergrund-Story. Der Fürst der Riesen ist gekommen und hat die Festung hier angegriffen und so demontiert. Und ja, der Grund, warum ich Paid, die ich jetzt während dem Kampf aus Versehen die ganze Zeit Patches genannt habe, beschworen habe, war, es gibt ein paar NPCs, die eine Storyline haben. Also ähnlich wie in Dark Souls 1, wo zum Beispiel Solaire oder Sigmaya eine Storyline hatten, haben sie hier die Storyline ein bisschen seltsam eingebaut. Es gibt nämlich für jeden Charakter ein gutes Ende in der Storyline und ein schlechtes Ende. Und wenn man die Charaktere mit ihrer Storyline, das sind drei an der Zahl, also Patches, Paid, Entschuldigung, jetzt hat sich mir das zu sehr eingebrannt, äh, Paid, und noch zwei andere Charaktere, wenn man die im Kampf beschwört, im Bosskämpfen, und sie lebend durch den Bosskampf durchbringt, dann kriegt man das gute Ende von ihrer Storyline, kriegt ein Achievement und ihre Ausrüstung. Bei Paid war das ziemlich einfach, das mussten wir nur im Fall der gefallenen Riesen schaffen. Bei den anderen wird das nicht so einfach. Paid ist nämlich jetzt auch weg, wenn man zu ihm zurückgehen will, und man nach ihm gucken möchte, dann findet man ihn nicht mehr. Also kommt mal ihr beide, ich töte euch nochmal. Dann kann ich mal schnell zeigen, dass Paid nicht mehr da rumwuselt, wo er sonst rumgewuselt hat. Hier muss ich jedoch aufpassen, hier sind noch die Feuerbomber unterwegs. So. Oh, ach ja, und das Erschießungskommando. Genau, Paid ist weg. Er hat uns geholfen. Und ist danach verschwunden. Oh, du willst einfach nicht durch deine Kollegen sterben. Das ist so unfair. Aber du hast wenigstens einen Lebensstein. So, weg mit euch da. Da könnte ich fast schon den Weg hier zurückgehen, aber nein. Ich renne hier wieder durch, zurück, weil wir haben nämlich noch einen Gegenstand erhalten. Oh, dich könnte ich nochmal töten. Au. Oder du tötest mich gleich. Nein, tötest du nicht, weil ich konnte schnell genug einen Trank schlürfen. Wow. So. Du bist tot. Ich kann hierhin zurück. Wir haben nämlich von dem Riesen auch unseren ersten Schlüssel bekommen. Okay, der erste ist es nicht. Leningrass-Schlüssel, den Hausschlüssel, den Soldatenschlüssel. Öffne zur Datentür im Wald der Riesen. Und ja, das sind die beiden Türen, die ich vorhin gezeigt habe. Die können wir nun öffnen. Mal gucken, das stimmt soweit. Kriege ich das hin? Ja, ich kriege es hin. Einigermaßen. Denn ich will euch gleich mal beim nächsten Gegner kurz einen Move zeigen, der eigentlich ziemlich praktisch ist bei Gegnern mit Schilden. Ich aber nicht so oft benutze, weil er einfach schwierig an der Tastatur auszuführen ist. So, der Ring der Wiederherstellung, den haben wir hier jetzt bekommen, an der Truhe, der sorgt dafür, dass wir mit der Zeit Trefferpunkte wiederherstellen. Was praktisch ist, wenn wir mal getroffen wurden oder eine Zeit lang nicht mehr getroffen werden. So, der Gegner, den ich meine, ist dieser hier. Der ziemlich gefährlich aussieht. Prächtige Lanze. Sammeln wir erstmal die Sachen ein, die hier rumliegen. Die Prächtige Lanze war übrigens früher ganz anders zu kriegen. Ziemlich viel schwieriger und viel später. Und das hier ist ein Lügner. Hier ist nämlich keine Illusionswand. So, den hier will ich jetzt ausschalten. Der sieht richtig edel und stark aus. So. Ich kann ihn nicht mehr... mehr... Komm. Au. Nein, irgendwie klappt es nicht. Jetzt hat es geklappt. Genau, jetzt kann ich ihn nämlich so ziemlich viel Schaden machen, indem ich ihn einfach mit einem Shieldbreaker angreife. Der hat angeblich... hat aber gerade nicht so richtig geklappt. Wow. ihn von hinten zu backstabben ist allerdings die bessere Alternative. Wenn er sich mal backstabben lässt. Also, mal sehen, der ist ziemlich heftig stark. Weil eigentlich ist er auch ein Elite-Ritter. Wow. Okay. Eigentlich sollte ich ihn noch gar nicht besiegen. Also seht, das ist ein regulärer Treffer. Der hält ziemlich viel aus, der Junge. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Also ja. schwarze Tür, die wir noch nicht öffnen können, ohne das Symbol des Königs. Freund voraus. Was für eine Lüge. Ja. So, mit den Seelen, die ich jetzt habe, will ich gerne zurück nach Majula. Man sieht nämlich, wir haben 15.000 Seelen. Und eigentlich sollte sogar die Hexe nicht mehr da sein. Also ich kaufe mal etwas von ihr. Nämlich den Wahrheitsverkünder. Nee, erst kaufe ich die Lebenssteine von ihr. Für 3.000 Seelen. Dann bräuchte ich noch den Wahrheitsverkünder. Ich muss insgesamt 10.000. Für 10.000 Seelen was von ihr kaufen. Dann kriege ich eine Belohnung von ihr. Das nächste wäre der Wahrheitsverkünder. Aber allerdings will ich mir die Seelen sparen. Die 10 Lebenssteine sollen erst mal reichen. So. Gut, das erste was ich mache ist die Villa aufsuchen. Das hätte ich eigentlich beim letzten Mal schon machen sollen. Als ich am Leuchtfeuer war und hätte zurückreißen können. Habe ich jetzt allerdings wieder vergessen. Ich kann nämlich jetzt hier drin mit Kale reden. Und wie man sieht ist auf der Karte der Flamme angegangen. Und wenn man genau hinsieht ist das hier die der Wald der gefallenen Riesen. Das heißt dadurch dass wir jetzt den letzten Riesen besiegt haben ist hier ein Leuchtfeuer angegangen. Und bei bestimmten Bossen werden hier noch mehr Leuchtfeuer angehen. Aber erst mal sprechen wir mit Kale. Ja, wir sehen die Karte. Eine Flamme ist erschienen. Ja, die sehe ich. Das waren wir. Also er hat gerade im englischen Text gefragt was sie ausgelöst hat. Die Flamme. Das waren wir dadurch dass wir den letzten Riesen besiegt haben. Weil als wir das erste Mal hier drin waren und da unten das Skelett getötet haben war die Flamme auch noch nicht zu sehen. Aber da ist etwas großartig über diese Flamme. Es scheint zu erfüllen etwas sehr preciouses. Ja, eine kleine Hoffnungsflamme. Hoffnung. Und jetzt hat er nichts Neues mehr zu sagen. Gut. Nächster Schritt wir gehen zum Mollen rüber zum Rüstungsschmied Kaufen hier das Wow, das braucht 20 Stärke wir kaufen es trotzdem. Und eigentlich könnten wir auch den Helm hier kaufen dass wir das Set komplett haben. Ja, tun wir. Also wir können jetzt schon mal den Helm tauschen der ist etwas besser sieht etwas komischer aus allerdings mit der Feder oben drauf so und für das Schild bräuchten wir 20 Stärke die haben wir allerdings noch nicht also wird das mit dem Schild erstmal noch nichts außer natürlich wir benutzen wieder Sim Batterien hier und packen jetzt mal alles was wir haben in Stärke ja das habe ich allerdings nicht vor ich werde jetzt mal erstmal mal gucken ob es überhaupt möglich wäre nein 18 also gehe ich mal auf 15 mit Stärke und 15 Geschicklichkeit dass die beiden mal ausgeglichen sind so und mit den restlichen Seen tue ich jetzt bei Leni Grast meine Waffe verstärken zweimal bei den Speerwerben wir eine ganze Weile jetzt benutzen und da ist er auf Level 4 gar nicht mal so verkehrt so gucken wir nochmal die Gegenstandskiste die Kräuter können weg die Riesenseele packe ich auch mal weg den behalten wir den brauchen wir später mal wenn wir PV äh Koop machen wollen die Sachen können alle weg das werde ich verkaufen die Armbrust kann weg den Bogen behalten wird der kann weg die können weg den wollen wir später anlegen der Infanteriehelm kann weg dafür werden wir später auch mal die Rüstung dazu kaufen die passende so die Eisentracht gamaschen weil ich das Set ja ein bisschen sammelt gerade können weg der Zauber große Sebenfall kann auch weg Feuerpfeile hätten wir für Notfall wenn wir welche bräuchten aber ja ansonsten passt eigentlich alles und ja ich würde wirklich gerne irgendwann den Schild hier anlegen allerdings bringt der uns absolut überhaupt noch nichts genau man sieht da die roten Werte minus 40% Verteidigung durch den Schild da ist der besser mit plus 0,1 ja auch wenn das noch nicht so viel ist gut ich würde aber sagen bevor wir weitermachen im Wald der gefallenen riesen wir haben dort ja immerhin noch mindestens eine so eine verschlossene tür die wir jetzt öffnen können also ja ich weiß es sind zwei die eine habe ich euch noch gleich gezeigt die zeige ich euch dann beim nächsten mal mache ich jetzt erstmal wieder einen Cut also bis dann